rück ruf immer gespannt wie voll unser inventar jeweils ist das kann nicht vorräte der stärke plus 1 rückrufdrang 14 noch 13 rückrufdrang ich will eigentlich nicht so viel geld reinballern aber müssen wir schon Ja, ich bin durch. Du bist ja fast an dem Kampfstab dran. Wie viel fehlt dir noch? Wie viel kannst du deine Waffe verkaufen? Ach, schade, nicht ganz. Und nächstes Mal, wenn wir zum Händler kommen, auf jeden Fall. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, dann kann ich mich dann noch entscheiden. Dann kann ich den ja kaufen und ein bisschen testen. Und sonst nehme ich das Langschwert. Okay. Rück, rück. Ich bin noch nicht so sicher, ob der Kampfstab wirklich besser ist. Mal gucken. Äußere Festung. Äußere Festung. Das ist ja äußerst festlich. Oder so. Moment. Da kommen wir her. Das ist ja verwirrend. Ja, links oder rechts, ne? Ja, links. Keine Ahnung. Bestand ist da gerade so. Diese Bombenfreaks, ey. Das war irgendwas plus eins. Hm. War so uninteressant vermutlich. War so uninteressant vermutlich. Alter hat der Feuerball dir reingehauen. Hm. Was macht der denn da? Ja. Ich verfüge nicht mehr über genügend Energie. Wie du einfach alles kriegst. Ja. Du musst das. Niemals. Der hat einfach gar nichts dabei. Wuh. Ja. Ich weiß nicht, nur die Getät. Okay. Ja. Ja. Und jetzt. Ja. Du musst du dann. sorry. Du musst du dann. ja keine ahnung, ja für mich auch oh, so hoch können wir uns wieder zurückgeben ja, vermutlich toll, du kriegst alles und ich krieg den Speichertum oh, man muss mich auch kriegen ja, immer dritter als Buch danke ich habe auf jeden Fall gerade noch einen Regenerationstrang für dich ja, noch da Das ist gar nicht Irrgartenartig hier oder so. Das ist gar nicht so. Wupp die magier sind echt wirklich hart breit hammer ist auf flammens da oben ja Oh come on ich glaube da ist nichts mehr ich räche euch scheiß feuer ey, kommst du auch nicht raus ja stinkst du auch schon wieder ja ah da war ein buch ja irgendwo mittig war auch ein buch ach da ist ein neues buch ja cool, da oben, da oben, da oben oben? ja, da direkt in die Kette cool, danke ich bin auch gleich weg ja und wir und wir aber auch gleich ach scheiße nö oh, wo haben wir denn das letzte Mal gesprochen? hier ich hab die direkt gespeichert wir werden dafür bezahlen ich krieg nur ein chicken, alter wo ist denn der Echse? ein einmal runter, ne? jaja da oben gehts auch weiter und da noch mal ja sicher sicher wie wir den durch die mauer geprügelt haben ja 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 so die magier haben schon mal gegrillt das ist ja schön hier ist noch so ein pfanz pfanz in allen pfanz dampf in allen gassen okay das war das glaube ich der gebiet ist fertig wir speichern hier noch mal innere festung kommt jetzt festung wird sich noch nicht nach entgegnern nicht so ganz innen ich will darin aber was ist hier wirklich überhaupt gar nicht gab bislang ist eine nebenquest oder so nee das stimmt bitte nur den komischen einen echsenmann mit dem zweiten teil war auch nicht wirklich viel an nebenquest im zweiten teil meine ich ne eigentlich gar nicht gefällt jetzt auch keiner ein spontan war alles haupt quest ne mein ja da oben ist noch ein regenerations das war egal gehen wir erstmal hier rein ja gut ich bin ja bing tendenziell geht es gerade auch weiter ne oder boah wahrscheinlich oh die hast du gekriegt die hast du gekriegt ja rechts oder was joo klatsch das wären die gründe hände gut ne wenn die doch gut wären achte das blitzding geht doch auch ja aber nur auf einem immer noch da ist keiner brauchst nicht die luftzahrake sicher ist sicher da liegt noch was juwelen besitzt die lederhandschuhe mach ich doch ob juwelen besitzt der streitkolben jetzt was auch immer ich fühle nicht mehr über genügend energie stimmt wie fritze glitz ich fühle nicht mehr über genügend energie ist ja immer noch die tot okay da geht es dann links in den raum wo wir erstmal nicht hingegangen sind ja wuow ach die käfer 2 juhu oder wo ich hab keine maratränke mehr ich dreh ab uiuiui Hilfe ich hab einen käfer am arsch ja das gefühl kenn ich das wer er ist weg habe da das Tote Echse. Warum denn nur? Hast du noch Regenerationstränke eingesammelt zufällig? Ich hab noch. Achso. Oh, ein. Gegen der Schutz ist bloß 5. Krass. Gegen des Maners? Was ist das denn? Ein Maner mehr. Ja, das wäre jetzt ein bisschen doof. Mach's mal hin. Echt? Ja. Mal gucken, was das kann. Ein Maner mehr. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben jetzt 156. Äh. Okay. Also die Energie ist gleich. Achso. Ja, ich kann ihn ja eh nicht tragen. Ich muss ja die Stärke tragen. Stärke Regen bereit. Ich bin ja tragisch. Blass. Ich weiß nicht, was der kann. Ich hab ihn wieder hingelegt. Oh, Regen des Schutzes plus 5 ist krass. Ja. Mal schauen. 10, 20, 12, 11, 10. 10, 20, 12, 11, 10. 10, 20, 12, 11, 10. Hm. 10, 20, 12, 11, 10. Hm. 10, 20, was? Von unten nach oben die Werte. Achso. Von unten nach oben. Ich weiß nicht, was er kann. Ich weiß nicht, was er kann. Keine Ahnung. Erg 63, Gesundheit 216. Hm. Du hältst ja noch wieder rein. Naja. Doch er ist. Erst mal rechts weiter 어떤 die Werte mundiert. rules ich. Ja. Geschwunsch links oder rauf. Rechts haben wir jetzt schon angefangen aufzudecken. immer mit ihrem müll den sie nach mir werfen ich weiß nicht irgendwie habe ich das gefühl dass selbst die konzentrierten heiltränke nicht mehr so viel steht mal selber im feuer das ist gut ich habe meine energie ap geachtet gerade eben war ich noch halb voll das hat mir auch schon als so gut das danke jub sehr schön da kommt was an schaden rein bei mir ist auch knapp ein welcher präzision ja jetzt schon ganz genau dann läuft ja da nicht gold bei irgendwas an der wand jetzt kommen wir wieder freude mitnehmen doch trage waren wir hier durch ja dann Ja.